Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Befehlsketten, einzunehmen beim Primus in Kortia an dieser Position. Vorquest war die Rückkehr des Primus. Quest ist gleich mal angenommen. Nun soll man mit Vaka in der Nähe von des Motaron quatschen. Uh, das hört sich ja böse an. Mal schauen, wo diese Vaka auf uns wartet. Ich versuche möglichst schnell hinzukommen. Hmm, ich glaube hier geht's lang. Das sieht gut aus. Während des Laufens der Hinweis, dass ich auch auf Twitch unterwegs bin. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Allgemein findet ihr in der Videobeschreibung ziemlich viele nützliche Links. Und der Randwurm auch zu Videos von kompletten Questreihen. Also zum Beispiel Ketten der Herrschaft, Kapitel 3 plus 4 oder 5 plus 6. Also zusammenhängend mit den Zeitangaben in den Beschreibungen jeweils. So dass ihr zu gesuchten Quests direkt hinspringen könnt. Also, einfach mal in die Videobeschreibung schauen. Viele nützliche Links. Und ja, auf Twitch ist schon einiges los. Sind auch viele mit dabei. Würde mich freuen, wenn ihr da auch vorbeischaut. So, die Gegner habe ich abgehängt, glaube ich. Quest ist abzugeben bei Barunin Traka. Im Schlund. An dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Indem ihr das Video positiv bewertet. Und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonniert-Knopf ein. Und wir haben gerade drüber gesprochen. Nicht vergessen in der Videobeschreibung den Link zu meinem Twitch-Kanal. It's okay. Ende.